Die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach im kommenden Ligaspiel gegen den SC Freiburg könnte zur Wundertüte werden, da die beiden Stammendenverteidiger Ginter und Elwedi angeschlagen sind und auf der Kippe stehen. Schon unter der Woche im Europa-League-Spiel gegen Wolfsberg fehlte das Duo. Hier kann von 1 zu 1 Ersatz durch Janschke und Strobl bis hin zu Systemumstellungen sehr viel passieren. Gegen Wolfsberg spielten so beispielsweise Zakaria, Strobl und Benzebaini in der Endverteidigung. Hier muss also wirklich abgewartet werden, ob es Infos zu der Einsatzfähigkeit des Duos geben wird. Erst dann könnte man erahnen, in welche Richtung es bei der Startelf von Trainer Marco Rose gehen könnte. Ein Hinweis auf die große Ungewissheit bei Gladbach gibt auch einen Blick auf die Ersatzbank, auf der neben Janschke und Strobl noch 5 weitere Spieler sitzen. Wendt ist die Alternative zu Benzebaini, hier sehen wir ein 50-50-Duell. Stindl, Hofmann und Neuhaus sind allesamt Optionen für die 10er-Position von Benesch, der um seinen Platz bei uns bangen muss. Zakaria und Kramer sehen wir im Mittelfeld als gesetzt an. Vorne vertrauen wir erneut dem Dreiersturm, bestehend aus Hermann, Plea und Tyram. Unter Umständen wäre auch Mbolo hier denkbar, einhergehen würde das aber wieder mit einem Systemwechsel, bei dem zur Zeit noch fraglich ist, ob es ihn geben wird.